ja hallo in die hunde ja einmal was macht sie denn optimistisch dass das in berlin jetzt wirklich auch mal anders laufen könnte und zum anderen sie hatten ja gesagt nach niederlagen stinkt kräftig beim bvb wie groß war denn wirklich jetzt die geruchsbelästigung in brakelten in den letzten tagen fühlt sich nicht gut an ist doch klar 2 zu 5 verloren schleppst du mit durch die trainingswoche stimmung im umfeld natürlich dementsprechend aber ich glaube das hat nicht nur was mit bei jedem anderen verein wahrscheinlich ähnlich hier noch mal auf einem anderen niveau aber was stimmt mich optimistisch ich meine das sind jetzt alles fragen die kriegt man dann immer wieder gestellt nach nach jeder nieder ist ja auch keine keine neue frage dass es mal anders läuft glaube wir haben jetzt auch schon ein paar spiele gewonnen die saison heißt mal weiß ich nicht fakt ist es muss anders laufen wir müssen besser verteidigen union berlin wieder andere aufgaben die auf uns warten die wird natürlich auch den jungs mit auf den weg geben bedeutet union eine mannschaft die immer wieder ein gutes mittel zwischen anständigen fußball aber auch mal einfachen lösungen in die tiefe sucht erster zweiter ball alles dinge die wir aufnehmen müssen wo wir stabil sein müssen wir passen paar dinge an und dann müssen wir am sonntag das ergebnis leverkusen gerade rücken eine gute leistung bringen weil wir werden nicht an der trainingswoche gemessen die wir hatten jetzt sondern wir werden an ergebnissen gemessen das ergebnissen das ergebnissen Vielen Dank.